okay okay gut ich wollte gerade sagen da redet noch irgendjemand so ich bin durch weapons also offensichtlicher geht es gar nicht einmal der ist gewandt ja was ist passiert ich habe keine ahnung sagt wer ist gewandt ich habe es komplett gesehen und er wehrt sich auch gar nichts er hat geäbt philipp er hat die ganze zeit ja ja gesagt das gegnerin können wir uns sparen armen rot für dich selber oder aufs kipp warum mir hat denn jetzt an okay rot und grau wer ist rot und grau da gehen wir mal wieder ran hier an dem scheiß ding so ein bisschen ballern alter ist das langweilig diese dinger weg zu ballern okay ich denke mal ich bleibe jetzt bei andermen alter oder auch nicht ich will mal ein bisschen action digger ich bin immer der letzte der stirbt alter oder der letzte der noch am leben das ist immer weiß auch nicht ich meine am anfang will ich auch nicht sterben aber rot gelb blau pink wo war er communication communication safe report wer war in der nähe von communication rein geografisch an die communication rechts oben rein also ich weiß nicht wie alt der kill ist ich weiß es nicht digger ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß nur ich war ja ich bin grad mit andermen also andermen ist oben navigation geraten ich bin weiter unten ich bin an communication vorbeigelaufen da bin ich storage und gerade ein admin gewesen du bist alles bei communication ich bin grad ich war grad bei communication und ich hab grad die shield aufgabe gemacht bei shield okay also warst du in communication wo die leiche war warte du warst in communication drin wo die leiche war digger ja ich weiß nur stefan ist abgehauen das weiß ich wie ich bin abgehauen ich bin mit dir oben lang gelaufen dann bist du navigation gegangen und ich bin weiter runter gelaufen um storage und dann admin zu gehen ja und dann bist du wieder zu communication gegangen und hast du gebild ich bin nicht communication gegangen ich war nicht mal ansatzweise bei communication also wer also stefan du warst bei communication sag jetzt ich bin dran vorbeigelaufen genau ich bin nicht reingelaufen sondern dran vorbei nach storage ab den tank lass dich doch mal ausreden ich hab den tank aufgefüllt dann bin ich nach oben gegangen hab diese komische ähm das um den kabel gemacht dann bin ich zu admin gegangen weil ich da direkt das nächste hatte von den kabeln und dann äh ja ich war nicht da ich war admin bin dran vorbeigelaufen ich weiß dass undermen äh sinke ich bin dann undermen auf jeden fall vorbeigelaufen ich bin dann undermen auf jeden fall vorbeigelaufen und hab dich nach unten gelaufen zu äh shields und hab jetzt grad die shield aufgabe gemacht ok ich sag ich skipp'n aber ich würde stefan im auge behalten ja ich skipp'n ich skipp'n jetzt an und wir waren stefan im auge hat an wieso habt ihr euch selber gewählt hä ein sieht er sich selber gewählt ja äh keine ahnung fuck so jetzt wieder hier hingehen sooo blau gelb rot pink ist hier noch irgendwas mit der karte hier hinten sooo hoch damit zip so undermen Knostra Einsiedler Dönerbox ähm ich muss jetzt electrical gehen oh Gott wenn ich da wusste wieder Junge ich find's aber komisch dass wir mal alle mich verdichtigen Mbappe ok Nico ist vorbeigelaufen an mir ok keine Leiche ja ich hasse dieses Ding easy Lass mich raten Philipp wird ein Call machen und mir die Schuld in die Schuhe schieben Wetten wir Leute Wetten wir einfach mal so ich geh jetzt communication boop da ist komplett ok kurze frage digga also die Türen haben sich doch gerade geschlossen genau du und ich und andermen waren drin in dem Raum genau 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 wer kam denn als letzten in diesen Raum warst du nicht du das nein du ich war der erste der drin war danach kam andermen danach kamst du rein nein andermen war als erstes drin nein 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 ich war vor andermen drin ich war der erste von uns allen mit mir nein Philipp lass mich ausreden lass mich ausreden ich war drin im Raum dann kam Nico Mbappe kam hinterher er hat gesehen dass ich drin gestanden bin ich hab meinen Auftrag gemacht dann ist er ich weiß noch nicht wie er ausgesprungen wird dann ist er rausgegangen ich bin drinnen geblieben in diesem Raum weil ich noch eine zweite Aufgabe hatte dann wollte ich runter gehen dann kam andermen und du kamst mir dann entgegen ich bin dann nach unten gelaufen auf einmal ging die Tür zu und dann bin ich hochgelaufen und dann standet nur noch ihr beide da oben und dann bist du halt runter gekommen und dann sind wir alle im Kreis gelaufen ich glaube es ist der von ich skipp also ich weiß nicht also ich weiß nicht also einer von uns drei ist es höchstwahrscheinlich weil es muss den Kill da passieren irgendeiner wollte den Kill machen nein Theority kann man ja von überall die Türen schließen aber ich fand das Timing so komisch weil ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich mich falsch erinnert habe aber für mich sah es so aus als ob ich in den Raum reingegangen bin dann kamst du als zweites rein und dann waren Türen direkt geschlossen dann hast du mich nach oben gelaufen und dann hast du gesehen andermen ist noch im Raum nein ich war der erste in diesem Raum ich war der allererste von uns drei in diesem Raum ja natürlich Philipp ist direkt auf mich zugelaufen Alter ich habe Abstand gewährt als ob du die Tür zugemacht hast und dann gecheckt hast okay andermen ist da nein ich bin gegen die Tür gelaufen ich wusste dass andermen drin ist er hat so komisch geschaut Philipp Philipp hört doch mal zu ihr beiden hört doch mal zu ich wusste dass ihr beide im Raum seid weil ich euch reingehen gesehen habe ich habe euch beide reingehen gesehen ich habe euch nicht umgebracht Stefan glaube ich aber ich wohnt drin ich würde eher sagen dass ihr beide das seid weil ihr beide auf mich geht und ich kann ich hätte euch beide gesehen wir können euch gar nicht sein weil Armin gewandet ist ich habe euch beide gesehen ich habe euch beide gesehen wie ihr reingekommen seid ich habe mich mit euch beiden eingesperrt ja dann muss es Philipp sein es muss Philipp sein rennt bei mir mit guckt dass ich meine Aufgabe mache ja ich so ich stelle mich hier oben hin ich würde eher sagen das ist Philipp weil Philipp geht so auf mich ne der geht nur auf mich also er konzentriert sich nur darauf mich hier rauszuwerfen so jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hin jetzt gehe ich da oben hin hmhmhmhmhm Jus download Aber schon komisch und dann wenn ich Crewmate bin bin ich immer allein unterwegs Aber sobeil ich Imposter bin hab ich immer irgendwelche Leute die mir am Arsch unter herrennen Jedes verfickte mal Alter jedes gotterfickte mal upload Okay, was macht Knostra bei mir? Ich finde es doch komisch, dass mich keiner umbringt, ne? Also, ich habe noch bei mir Rackdör zwei Tasks offen. Okay, Medbed ist safe. Hier oben ist auch keine Leiche. Hier ist auch keine Leiche. Use 1 Alter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boop, let's go. Und hier hin. Hallo? Das ist safe, Stefan. 100%. Ich bin Reaktor gewesen gerade. Ich habe gerade diesen scheiß Bleep Blup Blup Ding gemacht. Und wer hat gerade... Digga, ich saß... Ich war beim letzten Rätsel von diesen scheiß blauen Vierhecken, Alter. Ja, darf ich jetzt begründen? Digga, ich war fast fertig mit der Scheiße, Junge. Warte, wo lag die Leiche? Habe ich gesagt, die Leiche? Darf ich jetzt begründen, warum es schnippt? Ja, dann ist es, dann ist es orange. Dann ist es orange. Ich finde orange, dann. Soll ich es jetzt sein? Ja, ich fahr da auch, weiß ich. Weil du bist wirklich mit ihn da reingelaufen. Dann bin ich von low enden hochgelaufen, nach Security. Wo ist denn die Leiche? Kann mir dann irgendjemand sein? Und auf einmal war es mit Security, bist aber nirgends so lang gelaufen. Wo ist denn die Leiche jetzt? Ja, Rot, weil du es bist. Jetzt willst du entweder Raxx oder Stefan. Ich war Reaktor. Irgendjemand war gerade noch bei mir beim Reaktor. Irgendjemand war da noch. Ich finde, Rot ist das, weil Rot hat erstens sich selber gewählt. Und zweitens war das auch die einzige Person, die nicht Armin gewählt hat, glaube ich. Ey, warte, hört mir mal kurz zu. Da hab ich ihn gewählt, ich hab ihn gewählt. Wir wollten Raxx raus und dann roten wir jetzt Stefan raus. Und wenn egal ist, auch nicht. Nein, es ist nicht Stefan. Es ist orange. Ich folg Andermeld und den Andermeld. Ich folg Andermeld und den Andermeld. Ich fote auch auf Raxx, weil Raxx ist ziemlich fast. Weil er nur auf mich ist. Raxx wollte mich umbringen und hat dann gesehen, dass Andermeld im Raum ist und wollte es mir in die Schuhe schieben. Dann ist es 100 pro Stefan, ja. Es muss Raxx sein. Wir haben gewonnen. Raxx, ey, Ralf, das merk ich mir, Alter. Siehst du? Easy, Digga. Ihr müsst mich belieben. Easy, Digga. Easy. Was soll ich machen, Alter? Es ist eine erste Runde. In der ersten Sekunde ist er rausgeflogen. Ich mach eine 1 versus 9 Runde, Junge. Nein, ich hab glaub, das ist wirklich Stefan. Have fun.